Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich mache nächstes Jahr sieben Filme. Was? Ist der eine abgedreht, beginnt sofort der nächste. Wir beide wollen noch künstlerisch in Bewegung bleiben, oder? Wollen wir das? Ja, das wollen wir. Wir drehen hier im Film. Habt ihr denn immer noch nicht kapiert, was das heißt? Wir müssen weitermachen. Jede Sekunde kostet mich 2000 Mal. Ich zahle den Film aus eigener Tasche. Geld bekommt niemand. Kamera, Licht, Ausstattung, Drehbuch, Regie, mach ich selber. Jeder will doch was. Hauptrolle, es war schon schön. In meinem Leben oder im Film? Du, ich stell dir jetzt die Liebe meines Lebens vor. Nimm auf die Zwölf. Was? Bin ich bei dir, du keine Angst. Welcher Tag? Welcher Film? Kein Film. Alles ist Film. Alles. Ich hab keine Zeit zu verlieren. Ach Rainer, du hast doch schon so viele gute Filme gedreht. Aber kein Meisterwerb. Ich will, dass mein Name da steht, wo die großen Namen stehen. Orson Welles, Jean-Luc Godard, Rainer Werner Fassbinder. Ich will, dass mein Leben Holaelines ist. Ich will, dass mein Leben, der Rest auf das. Ich will, dass mein Leben, der Rest auf dem ihr kle helausitesse. Ich will, dass unsere Leben nicht zu werden, Vielen Dank.